Hallo? 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 Es ist gut, dass Ihr Fahrer besoffen ist. Ehrlich? Ja. Saugut. Bitte? Besoffen ist mit dem Taxifahrer. Ja. Ja. Gerne. Ihr Buthaben beträgt noch 12 Euro und einen Cent. Bitte laden Sie Ihr Konto demnächst wieder auf. Hallo? Ja. Der Gerhard? Wer? Der Gerhard? Gerhard. Nee. Okay. Hallo? 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 Taxi. Hallo? 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 Ja. Ja. Guten Abend, Taxi. Hallo? 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 Untertitelung des ZDF, 2020